Ich war letztes Jahr dabei, war eine ganz spannende Veranstaltung, ein tolles Format. Mir hat letztes Jahr schon sehr gut gefallen, dass alle Themen von den Teilnehmern selbst entwickelt worden sind. Und ja, ich fand das ja spannend, interessant und deshalb bin ich auch gerne wiedergekommen. Die viele Freunde aus dem letzten Jahr wiederzutreffen, Erfahrung auszutauschen, was aus den letzten Ergebnissen geworden ist, wie man dazugelernt hat. Und ansonsten will ich selber gerne dazulernen wieder, was sich in den Köpfen von unseren lotarischen Freundinnen und Freunden stattfindet, was sich so entwickelt hat. Und für mich ist besonders wichtig zu sehen, was aus diesen tollen Ergebnissen hier im Club ankommt.